Musik 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 Oho Oh, kann sie nicht mehr Das ist doch mal angenehm, oder? Ja, und wieder beißt einer ins Graf Nein Nimm das, du Midget Hast du alles? Battle Rifle Oh, das ist das nicht Nun Awesome Ey, ey Was ist denn das? Awesome, Aufzug Awesome Ich will wieder nach oben Awesome Nix da Was hast du tollen gekriegt? Was hast du, wenn du zu doof bist, um nur auf dem Aufzug stehen zu bleiben? Sorry, dass dein scheiß Internet immer so und so, ne? Dann bewegt dich einfach nicht Die hat mich nicht bewegt Das Spiel hat mich bewegt Nein, nein, jetzt schießt irgendein jemanden mit Raketen oder so Ach so Ich bin jetzt tot Jetzt bin ich extra wieder nach unten gefahren Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ich bin jetzt hier unten gefahren Scheiße ahaha scheiße ahaha ich töte euch alle was war ich da hinten ich fahr schon mal vorne ja ja fick dich so ach hier ach das ist doch alles Moppelkotze ja wie jetzt bist du richtig gespawnt bei mir ja können wir das war das sein und das bekommen dafür ohne Raketenwerfer hohen Raketenwerfer der ist lächerlich gegen meinen meine hat 404 schaden was der macht 567 er ist das zu finden ich habe zwar nicht bekommen verarschung na aber das ist ja wohl auch gesammelt ach wo wir gerade immer trauter Zweisamkeit sind da kann ich dir meinen scheiß Klaas Mut geben die Prozent muss ja nicht von dir ich weiß so bin ich genau auch meine Hand schläft langsam ein ey das ist voll eklig mein kleiner Finger schläft ein Ringfinger auch so was kann man denn hier noch nur die Schrift Prozent ein bisschen was verkaufen Kloppen hier Kloppen na was ist eigentlich mit dem Assault Rifle oder Battle Rifle oder was ist das was ist das hä was du eben eingesammelt hattest das grüne Gewehr hä hast du das noch äh TCH 30 Battle Rifle ja wie viel Schaden macht das 59 oh cool kann ich das haben ist das ein Assault Rifle also so ein ja so ein komisches ja äh äh ich brauche nicht mehr irgendwie ein vernünftiges oh ne das ist ein Skolnux so mal gucken was haben wir denn hier blääääää zu teuer und da unnötig und da unnötig scheiß Dreischussautomaten die Welt der Aufstieg ist es für sich in der Welt das ist ein paar Räume das kann auch ein bisschen das kann auch ein bisschen das kann auch endlich weg okay so nah hey da kommt ja echt musik aus dem radio ist ja geil ganz schön leise oder wer weiß nicht hat das so doof um das lautstärke regler zu tätigen 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 wie jetzt du kletterst meine rosa karte ja das mit dem tag muss ich mir im kalender anstreichen kommst du da hoch im rosa kalender natürlich mein rosa pink panther kalender hier schon wieder hin wie doch doch da hinten da geradeaus und dann links geradeaus 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 genau da vorne noch weiter geradeaus der händler zu diesen hatte da ich wollte doch über die rampe spiel musst du gerade sagen doch wirklich anders das ist die schweißel an der schwächel er war noch nicht netten klar geht es nicht weiter er hat er da würde ich jetzt nicht unbedingt mehr und auch muss man 5 5 5 5 so sehr episch auch ja total das war ein experiment für die menschheit nein, fick dich Erik Lembertik ist auf dem Weg kann mir mal gestorben bleiben würde Penner ja den halt nicht so zu Fuß laufen die Welt noch einer wo ich kann nicht machen ach so ich 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 drehen mal an den Ventil nicht naja macht das immer die die Röhre ab e so was bringen würde ich traufe das ganze Öl raus eine Zigarette und äh, kannst du vielleicht noch mal zurückkommen? äh, nee keinen Bock jetzt noch mal umzudrehen ja, Alter, ja, jetzt hab ich laufen ja, wieso, du wolltest doch, dass ich in Abgrund fahre äh, wollte ich das ja, hast du gesagt, mach mal musst du aufholen nicht äh, natürlich ich kann deine, bitte doch nicht ausschlagen nicht nein äh, dann nicht äh, das hab ich jetzt gemacht ach, du hast den Quest abgegeben ach, entschuld äh, khh äh, jay, endlich kann ich mal die anderen kann ich mal die ich hab keine Feuerrate ja, das ist doch mal nett, oder? ach, warum ich hab doch gerade ups ich will nicht diese scheiß, diesen scheiß Quest damit mit Mel machen oh, das ist ich kann auch keinen anderen mehr auswählen irgendwie yeah tja, das ist alles, weil du, weil du mich nicht mitgenommen hast hättest du mich mitgenommen, dann, äh ja, klar doch mh, ich räume weiter ja, ja na, dann fahr doch mal zu Matt Mel doch, pfff, fein das ist Matt Mel, ich kenne ihn nicht der hat mir meine ganzen Karten geklaut und diesen Pennern verschabelt hey, grüß ihn von Scooter und damit meine ich, leg dem Mistkerl das Handwerk, ja? da, irgendwo hin ey na, da ist schon wieder so Bossfight mäßig ich hab gar keinen Bock dazu ja, man Karasche knapp verfehlt naja, fahren wir da mal rein, ne? hier, hier nein, ich will nicht hier ist ein Auto okay, Auto hallo? gehst du da hin? so ach du scheiße eingeparkt bist du sicher, dass wir nicht unsere Karren brauchen? ich will erstmal hier das Ding aktivieren, so und jetzt möchte ich mich erstmal umschauen oh, guck mal, hier hängt einer ganz toll, das wünsche ich mir auch mal, eines Tages also abzuhängen ich glaub, dafür kann der Boss ganz schnell sorgen ja, ausprobieren Moment Moment was war mein hopp hopp weiter die sind dumm wie scheiße guck wenn im Verband auftreten sind die ganz schön scheiße ich will das Garten das Garten schüppart umgemäht, die Uhrzeit ja, schieb mich auch noch ich wollte dich eigentlich aus dem Gefechtsradius raus ich will dir raus oh, der war nice, Digga ich hab diese von dicken Karre da so richtig in die Luft geschleudert in meinem Auto schön meine Karre ist gleich tot ja, ich komm mal ja wieder raus nein, natürlich kann man hier nicht mehr machen na, wo seid ihr, Penner? komm her aha, Idioten oh, ich hab mich grad selber aha 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 warte, lasst ihr mich oh, ich wollte sterben ich geb dir ja nur Starthilfe, so ach, danke schön hui noch so'n breitbeiniger Piss-Kopf-Wixer warte, bleib mal stehen, dann kann ich dich heilen hm wo bist du denn? Ach, da ja, ich ja, was macht doch mal grad Schaden an mir ja, an mir auch so, der da hinten macht das Fälle in dem Fall keinen Schaden mehr ich sammle mal ein bisschen auf, ne ich ging mal Not hin nein what the fuck nicht so ganz ohne Autos ist das, glaub ich leicht scheiße, oder? ich geh jetzt hier oben hin und hab Angst ich komm, ich komm zu dir ich hab's da an Schafen oh, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, äh, ne, der tut ja, was? hallo, den kann man, ne, komm, das, das, das hat keinen Zweck bei unseren miesen Schützenkünsten da ich hab' bis, nein, der ist Levels ok, bis zu 22 verdammt ich seh' nix mehr, ist du nur noch schwarz und weiß bleeeeeh warum nicht, weil das jetzt nicht mehr teuer ja, lass das lieber erstmal lassen ja, oder ach, der fährt da noch ach, die Fahner noch kann ich ja nein, du's nicht ja, du trotteln hallo hallo ich muss mich, ich muss mich, ich muss mich, ich muss mich auch mit dir scheiße ziehen ganz großes Kiel ah super, alle oder keiner mäh, jeder keiner als einer oh, hei, Junge äh, Mädel oh, jetzt, krüppel ab, go, go können wir jetzt nicht vom Rand hier aus erledigen ja, ach, ne, hätt' ich ja gerne gemacht, aber nein, der gute Herr muss mich ja, aber du auch, dich schon wieder in meine Fahrbahn, stellst wir also auf, ne ja, da kannst du ja, wo man ein bisschen Einkompetenz zeigen und dann äh, nein, dann hätt' ich ja ausweichen müssen ja, und, als ob das so schlimm gewesen ist ja, hallo, weißt du, wie viel Energie das kostet, das Steuer so rumzureißen? man scheint nicht so viel das ist Spuhl von hier 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 das geht von hier, nett ich weiß nicht, vernünftig wahrscheinlich ist das jetzt so toll gescriptet, dass man von hier hinten keinen Schaden machen kann das wär ja, das wär ja asozial ja, nichts anderes sind Spieleentwickler doch, geht wenn das jetzt vier Schaden ist, ist eine andere Sache Angst, schieß mal auf mich was bist du denn? boah, dann ich wollte mich nur in den roten Kreis begeben ich hab aber Angst, dann weiß da schießen die mal hin jetzt sag bloß, du kannst nicht auf jemanden in Bewegung schießen nein, wenn er die ganze Zeit rumleckt, nicht ja, dann beschwert ich bei dem Internet keine Ahnung ja ach, guck mal, wie aufdringlich der Typ ist ich hab hier was von uns oh, ich hab ne Karr kaputt gemacht oh, ich hab ne Karr kaputt gemacht ey, wir haben Bumm aus abgeschlossen ich wollte grad mit Kuh das Ding markieren damit ich Punkte kriege komm jetzt, Pussy oder nicht Pussy, das ist hier die Frage ach nee, aber jetzt wird er da plötzlich wieder rein hier, ne? ja BAMS gegeben, Alter, gegeben ich dich nicht ich dich nicht aha ich hätte gern seine Karre gehabt ach ja, da hinten geht's jetzt also weit oh, müssen wir da jetzt Moment, wir haben ja noch nicht mal alle Quests abgeschlossen oh, wir können hier wieder raus guck mal